Musik 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 Und zwar möchte ich euch das jetzt mal ins Herz legen. Und zwar hören wir uns heute ein Movie an von Herrn Schäfer, Bodo Schäfer. Ich werde die Einnahmen mit ihm teilen, weil es sehr, sehr interessant ist. Ich gucke Herr Bodo Schäfer schon eine ganze Zeit, damit einige Leute das auch mal nachvollziehen können, wie ich denke. Und warum ich hier so einige Sachen mache, warum ich hier einige rauslösche und einfach die mir gestohlen bleiben können. Der Herr Schäfer erklärt das sehr, sehr gut. Und an sich ist dem groß, gar nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, lass uns reinschauen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer und heute geht es um ein für dich wahrscheinlich extrem wichtiges Thema. Wie du lernst, mit der Meinung anderer umzugehen. Auch mit der negativen Meinung. Wenn sie dich entmutigen, wenn sie dich ablehnen, wenn sie dich kritisieren. Wenn du dieses Video angeklickt hast, dann zeigt das, dass du dieses Problem kennst. Du hast eine Idee oder du beginnst ein neues Projekt und erzählst anderen ganz begeistert davon. Und was du dann hörst, ist alles andere als das, was du jetzt gebrauchen kannst. Da gibt es Menschen, die geben dir Ratschläge, die alles besser wissen, die deine Idee und sogar dich kritisieren. Das an sich ist schon nicht schön. Aber auf einmal stellst du etwas fest. Was diese Menschen sagen, lässt dich nicht kalt. Aber im Gegenteil, es trifft dich und es hält dich auf. Es lähmt dich sogar. Ich denke, das haben wir alle schon erlebt. Bei mir war das so, dass ich kurz vor dem Staatsexamen mein Jurastudium abgebrochen habe. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was da in meiner Familie los war. Für mich war es eine ganz klare Sache. Ich hatte endlich begriffen, ich will nicht Jurist werden. Warum soll ich da noch das Examen machen? Ich wollte nicht als Anwalt arbeiten. Aber wisst ihr, was meine Mutter gemacht hat? Die war so verzweifelt, die hat geheult. Die hat einen Priester gerufen. Und der sollte mich zur Vernunft bringen. Die hat meinen Onkel eingeladen, dass der mit mir redet. Sogar die Nachbarn haben auf mich eingeredet. Glaubt ihr, das ist irgendwie spurlos an mir vorübergegangen? Natürlich hat mich das unsicher gemacht. Lass uns in diesem Video darüber sprechen, wie du damit umgehst. Und wir machen das in zwei Teilen. Erstens müssen wir uns drei Dinge bewusst machen. Und zweitens gebe ich dir drei praktische Tipps, wie du ein für alle Male mit der Ablehnung anderer Menschen umgehen kannst. So, hier ist er nochmal. Und zwar müssen wir jetzt einen kleinen Werbeblock einbauen, wie wir es ja immer machen. Also kommt jetzt der kleine Werbeblock und dann sehen wir weiter. Aber ich muss da ehrlich sagen, ist schon sehr vernünftig, was der Herr Schäfer sagt. Und ich hoffe, dass auch viele, viele mich jetzt verstehen können. Wie gesagt, Kommentare werden einfach gelöscht, so wie mir das passt. Es ist mein Kanal, meine Regeln. Und alles, was mich runterzieht, geht weg. Also, bis gleich. Hier die drei Dinge, die du dir bewusst machen solltest. Erstens, es gibt hunderttausend verschiedene Auffassungen. Es gibt wahrscheinlich sogar Millionen, Milliarden verschiedener Auffassungen. Aber es gibt nur eine Meinung. Eine einzige Meinung und das ist deine. Deswegen fängt das Wort Meinung mit mein an. Meinung, deine Meinung. Natürlich ist das ein Wortspiel, ist schon klar, aber es hilft. Vera F. Birkenbiel hat dazu gesagt, was die anderen uns sagen, das sind Anderungen. Die anderen Anderungen. Nämlich die Auffassungen anderer. Wichtig für mich ist, hat sie gesagt, nur das, was ich denke. Meine Meinung. Wenn ich das schon so sage, dann merkst du, dass du das Thema gar nicht wirklich trennen kannst vom Selbstvertrauen. Um deine Meinung als das Entscheidende zu sehen, das Ausschlaggebende, das einzig Wichtige, da brauchst du ein bestimmtes Selbstvertrauen. Aber auch, wenn dein Selbstvertrauen noch nicht so stark ist, hilft es dir zu wissen, es gibt immer drei Gruppen. Egal, was du machst. Es gibt immer eine Gruppe, die dich und deine Idee ablehnt. Es gibt eine zweite Gruppe, die ist unentschieden. Und eine dritte Gruppe, die findet dich und dein Projekt toll. Wichtig ist, dass du lernst, dich auf deine Meinung zu verlassen. Und dich mit den Menschen zu umgeben, die deine Idee gut finden. Das ist wichtig. Und ich bin fest davon überzeugt, du hast das verdient. Oder negativ ausgedrückt, niemand hat es verdient, sich mit Menschen zu umgeben, die an ihm zweifeln. Diese Menschen machen dich kleiner. Kleiner. Bleib also bei deiner Meinung. Und wenn du schon die Auffassung anderer Menschen hinzuziehen willst, dann sei dir sicher, dass sie dir gewogen sind. Dass sie dich gern haben. Dass sie dich respektieren. Dass sie dich fördern. Dass sie mit anderen Worten einfach auf deiner Seite sind. Die zweite Vorüberlegung, was du dir noch bewusst machen musst, ist, Ratschläge sind oft eine Rechtfertigung der eigenen Situation. Weißt du, ich war damals und bin es auch heute noch der Einzige in meiner Familie, der selbstständig war und ist. Ich bin der einzige Unternehmer und ich war damals der einzige Unternehmer. Ja, glaubst du denn, dass die anderen Menschen in meiner Familie nicht auch gerne Unternehmer geworden wären? Dass sie nicht auch gerne versucht hätten, ihre Träume zu leben? Aber das haben sie nicht gemacht. Und das, was sie mir dann als Ratschlag gaben, das hat damit zu tun, dass sie plötzlich mit ihrem eigenen Leben konfrontiert waren. Mit ihren Träumen, die sie vielleicht begraben hatten, an die sie nicht mehr glauben konnten. Und natürlich wollten sich diese Menschen vor sich selbst rechtfertigen. Warum sie ihre Träume nicht leben. Warum sie das Risiko nicht eingegangen sind. Warum sie nicht fleißiger waren. Warum sie nicht mehr gemacht haben. Und natürlich sagen sie nicht, naja, ich hatte einfach zu viel Schiss. Oder ich war einfach zu faul. Nein, was sie machen ist etwas anderes. Sie geben dir Ratschläge. Sie arbeiten ihr eigenes Scheitern in diesen Ratschlägen auf. Was ich jetzt sage, ist ganz wichtig. Das meinen diese Menschen nicht böse. Ganz im Gegenteil. Sie meinen es wahrscheinlich sogar richtig gut mit dir. Das macht es ja so schwer. Aber das ändert nichts daran, dass Ratschläge sehr oft einfach die Rechtfertigung der eigenen Situation sind. Stell dir vor, du willst morgen auf den Mont Blanc. Ich gebe dir ein Ticket. Also ein Flugticket. Und wenn du dann am Mont Blanc angekommen bist, das ist dein Incentive, dann bekommst du von mir eine Million Euro. Es gibt einen einzigen Haken, du musst sofort losfahren, denn das Angebot gilt nur 24 Stunden. Sonst bekommst du das Geld nicht. Und während du jetzt im Flieger sitzt, triffst du drei Menschen. Und alle drei erfahren von dem, was du vorhast. Du erzählst denen das und die drei reden mit dir. Und der Erste sagt, du, ich helfe dir gerne. Ich habe selber schon mal versucht, auf den Mont Blanc zu kommen, aber ich habe es nicht geschafft. Dann habe ich es nochmal probiert, habe es wieder nicht geschafft. Der Zweite sagt, ja, ich war schon mal oben, aber ich habe weit über 40 Stunden gebraucht. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendeiner schneller schaffen kann. Und der Dritte sagt, ich war schon mehrere Male da oben. Ist für mich eigentlich so eine Gewohnheit geworden. Und ich habe nie länger als 18 Stunden gebraucht. Mit wem würdest du dich unterhalten? Wen würdest du gerne als Begleiter haben? Also egal, was du im Leben machst, umgib dich mit den Menschen, die an dich glauben, die dich fördern und die das schon gemacht haben, was du erreichen möchtest. Das Dritte, was wir uns bewusst machen müssen, ist, du entscheidest. Du hast die Fernbedienung in der Hand. Die Fernbedienung. Du entscheidest mit der Fernbedienung, welches Programm du siehst. Und was dann auf diesem Programm läuft, das entscheidest du nicht. Aber du kannst umschalten. Klingt ein bisschen schwer verständlich, ist aber ganz einfach. Du entscheidest, mit welchen Menschen du dich umgibst. Was die Menschen dann sagen, also welches Programm von denen kommt, das hast du nicht in der Hand. Aber du musst dich nicht einem bestimmten Einfluss aussetzen. Wenn du spürst, das ist ein Energiesauger. Wenn du spürst, da ist jemand, der dich nicht wirklich mag, dann musst du nicht in der Nähe von so einer Person bleiben. Musst du nicht. Da ist jemand, der ist vielleicht mit seinem Leben so unzufrieden, dass er dir ständig Ratschläge gibt, die seine eigene Situation entschuldigen. Das ist jemand, der dich runterzieht. Das musst du nicht zulassen. Und ich glaube, das darfst du nicht zulassen. Du entscheidest. Und ich kann dir gar nicht deutlich genug sagen, wie wichtig es ist, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und gib dich mit Menschen, die dir gut tun. Du hast es in der Hand. Das sind also die drei Dinge, die du dir bewusst machst. Erstens, wichtig ist deine Meinung, alles andere sind Anderungen. Zweitens, Ratschläge sind oft nur Rechtfertigungen der eigenen Situation. Und drittens, du hast die Fernbedienung in der Hand. Du entscheidest, welches Programm du siehst. Und du entscheidest auch, welche Menschen du in dein Leben lässt. Und dazu gebe ich dir jetzt drei praktische Tipps, die sich in meinem Leben... So, ich hoffe, bis hierher war es ganz in Ordnung. Wir wollen natürlich nicht vergessen den Witz des Tages. Den mache ich ja mit Otto immer. Ansonsten werden wir mal sehen, was Herr Bodo noch so alles auf Fahrrad hat. Bis gleich. Wir haben alle ein Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören. Wir haben so eine Art Gemeinschaftsgefühl, ein Bedürfnis, dass wir mit anderen gemeinschaftlich etwas machen wollen, gemeinschaftlich leben wollen. Wir wollen nicht alleine sein. Und wir wollen auch die Bestätigung von anderen. Das ist normal. Aber wir müssen wissen, alle Menschen um uns herum, alle, wirklich alle, beeinflussen uns. Wir können uns diesem Einfluss gar nicht entziehen. Das passiert automatisch. Darum ist es wichtig, dass wir uns Menschen aussuchen, die uns nach oben ziehen. Hin zu dem Leben, das wir gerne leben würden. Ich sage auch nicht, dass du den Kontakt mit allen Menschen abbrechen solltest, die keine Vorbilder sind. Ich glaube an eine Ein-Drittel-Ein-Drittel-Ein-Drittel-Formel. Also ein Drittel der Menschen um dich herum, das sind dann Menschen, die brauchen deine Hilfe. Die sind schwächer als du. Und das ist gut, denen hilfst du. Ein zweites Drittel ist in etwa auf Augenhöhe mit dir. Das sind Kumpels, mit denen du Spaß hast zum Beispiel. Aber du brauchst eben auch das andere Drittel. Die Vorbilder, die weiter sind. Die schon da sind, wo du einmal hin möchtest. Und das ist ganz wichtig. Niemand hat so viel Kraft, dass er sich mehrheitlich mit Menschen umgeben kann, die ihn nicht fördern, die ihm nicht auch mehr Energie geben, sondern Energie absaugen. Auf meinen Seminaren mache ich dazu eine ganz einfache Demonstration. Ich stelle mich auf einen Tisch und ich bitte einen sehr starken Menschen, sich unten neben den Tisch zu stellen. Ich stehe also auf dem Tisch, der andere steht unten daneben und dann halten wir uns so an der Hand. Und dann frage ich ihn, hör mal, wenn ich jetzt versuchen würde, dich hochzuziehen und du versuchen würdest, mich runterzuziehen, wer würde gewinnen? Ja, und der sehr kräftige Seminarteilnehmer, meistens so ein Typ, der sagt dann, und auch die Teilnehmer sagen dann eindeutig, also der kräftige Mann, der würde gewinnen. Und natürlich, der müsste sich ja nur hinsetzen. Irgendwann würden mir die Kräfte lahmen. Es ist wie im wirklichen Leben. Wenn wir an jeder Hand Menschen haben, mehrere Menschen haben, die einfach nichts tun oder die einfach nur unsere Energie rauben durch die Art, wie sie sind, ja, wie wollen wir dann nach oben kommen? Die müssen das gar nicht böse meinen. Die haben nur einfach aufgegeben. Die sitzen da. Und das zieht uns nach unten. Wie wollen wir dann das Leben erreichen, das uns wirklich glücklich macht und das uns erfüllt? Die Antwort, das geht nicht. Also suchen wir uns gezielt neben den Menschen, denen wir helfen, neben den Menschen, die auf Augenhöhe sind, suchen wir uns gezielt auch Vorbilder aus. Menschen, die schon das Leben haben, das wir haben wollen, die schon dort sind, wo wir einmal sein wollen. Menschen, die uns Energie geben, die uns einen Rat geben und keine Schläge. In Ratschläge steckt ja vor allem das Wort Schläge. Das ist der erste praktische Tipp. Suche dir Vorbilder, die dich stärker und besser machen. Suche ihre Nähe. Und dann kommt der zweite praktische Tipp. Baue dir eine Energiepyramide. Ich mache das vor jedem Auftritt. Wenn ich vor vielen Menschen spreche, kann ich nicht davon ausgehen, dass alle, die da sitzen, mich gern haben. Manchmal hat jemand seine Freunde mitgebracht oder seinen Partner und der hat ja dann gesagt, ja, diesen Bodo Schäfer, den musst du auch mal erleben. Und möglicherweise ist der aber gar nicht so positiv eingestellt oder hat gerade Riesenprobleme und die bringt dann auf mich rüber. Und der will mich im Moment gar nicht erleben. Und der schickt mir gar nicht so gute Energien. Und damit ich meine Energie bei mir behalten kann, baue ich eine Pyramide. Ich stelle mir einfach vor, dass so über meinem Kopf, paar Zentimeter über meinem Kopf, ein sehr, sehr helles Licht leuchtet. Und dann nehme ich beide Hände und ziehe dieses Licht wie ein Rollo an allen Seiten um mich herum runter. Das sieht dann hinterher so aus wie so ein spitz zulaufendes Zelt. Und unten mache ich das zu. Ein Zelt aus reiner Energie. Durchsichtig, aber ich stelle mir vor, wie diese Energie so fließt, wie so ein Science Fiction. Und diese Energiepyramide, die hält alles fern von mir. Das klingt jetzt ein bisschen spooky, aber ich sage dir, es funktioniert. Und das Gleiche nutze ich auch, wenn ich mich mit negativen Menschen umgeben muss. Ich will jetzt gar nicht in die Quantenphysik einsteigen. Wir wissen, dass alles entweder Teilchen ist oder Information. Also alles ist Teilchen oder Energie. Und es ist so, dass es wirklich funktioniert. Lassen wir das an der Stelle genug sein. Ich baue mir dann diese Pyramide, wenn ich mich mit negativen Menschen umgeben muss. Und dann lasse ich sie erzählen. Und das prallt einfach ab. Das prallt ab. Und ich kann da in meiner Pyramide sitzen und geistig sagen, aber du weißt schon, dass es mir viel lieber ist, dass ich einfach solche Situationen meide. Und in der Regel kann ich es mir auch immer mehr aussuchen. Aber manchmal, das wissen wir, geht das leider nicht. Ein zweiter Tipp also. Baue dir deine Energiepyramide. Und dann mein dritter Tipp. Lass dich nicht verletzen. Das klingt so einfach, ist aber schwer. Aber es ist eine ganz wichtige Grundwahrheit, die jeder erfolgreiche Mensch lernen muss. Was meine ich? Lass dich nicht von der Kritik treffen. Stell dir vor, jemand steht auf einer Party plötzlich auf, alle sitzen und essen, einer steht plötzlich auf, deutet mit dem Finger auf dich und schreit, ich weiß genau, du bist der heimliche Anführer einer geheimen Armee von grünen Marsmenschen, die unsere Welt erobern wollen. Würde dich das jetzt treffen? Ich denke, alle würden lachen. Du auch? Wenn sich dann herausstellt, dass der Typ das möglicherweise ernst meint, mit dem, dass du der Anführer der grünen Marsmenschen bist, ja, dann würdest du dir vielleicht ein paar Gedanken machen, alle würden sich ein paar Sorgen machen, aber du wärst nicht getroffen, stimmt's? Also du wärst nicht persönlich angegriffen, du würdest dich nicht angegriffen fühlen. Was ich sagen will ist, wir fühlen uns nur getroffen, wenn wir uns selbst unserer nicht sicher sind. Wenn wir uns unserer Position nicht sicher sind, wenn es dagegen ganz klar Quatsch ist, was der andere da gerade erzählt, ja, dann prallt das an uns ab. Deswegen sage ich, es ist wichtig, dass du dein Selbstvertrauen aufbaust, dass du zum Beispiel ein Erfolgsjournal nimmst und jeden Tag fünf Dinge notierst, die dir gut gelungen sind. Wenn du das Tag für Tag machst, wirst du immer sicherer. Und ein unheimlich wichtiger Nebeneffekt dieser Sicherheit ist, du lässt dich nicht mehr von Kritik treffen, weil du nicht mehr unsicher bist, weil du sicher geworden bist. Unberechtigte Kritik kann dich dann nicht mehr verletzen. Im Übrigen können wir uns von ganz genau genommen von unberechtigter Kritik nur selber verletzen. Niemand hat die Macht darüber, wie wir uns fühlen. Der schickt ein Signal und was wir mit dem Signal machen, das entscheidet. Die Macht darüber, wie wir uns fühlen, haben nur wir. Das muss uns klar sein. Das ist das Verantwortungskonzept. Was ich jetzt sage, ist etwas kritisch, aber ich meine es sehr ernst. Solange du dieses Selbstvertrauen noch nicht hast, meide stark die Menschen, die dich und dein neues Projekt nicht so akzeptieren, wie du es gerne hättest. Denn wenige Menschen sind so stark, dass sie in einer Anfangsphase, einer Veränderungsphase diese Kritik aushalten. Sprich mit diesen Menschen, die dich da angehen, die dir nicht gut tun. Und auch wenn es Familienangehörige sind, gilt das. Und bitte sie, dich einfach mal drei Jahre lang in Ruhe zu lassen. Sie können natürlich mit dir reden, aber nicht über deinen Beruf, nicht über ihre Meinung, was du mit deinem Leben machen solltest, nicht über deine Ziele. Sag ihnen, ich weiß, du meinst es gut mit mir, aber ich habe meine Meinung. Und ich bitte dich, das zu akzeptieren. Ich habe mein Ziel und ich will das durchziehen. Sei bitte einfach in dieser Beziehung still. Und ich sage dir sogar, wenn diese Menschen das nicht akzeptieren, dann triff dich mit ihnen so selten wie möglich. Denk dran, du hast die Fernbedienung in der Hand. Du entscheidest. Suche dir also Vorbilder, die dich stärker machen. Schaff dir eine Energiepyramide, um Energie abprallen zu lassen. Und mach dir bewusst, du entscheidest, ob du dich von Kritik treffen lässt. Bau dein Selbstvertrauen auf, denn letztendlich kannst nur du dich selbst verletzen. Und je stärker dein Selbstvertrauen ist, desto besser bist du zu dir selbst. Das ist ganz wichtig. Du musst wissen, die Welt kann nur so gut zu dir sein, wie du zu dir selber gut bist. Die Welt kann dich nur so sehr lieben, wie du dich selber liebst. Andere Menschen können dich nur so sehr respektieren, wie du dich selber respektierst. Noch ein Tipp zum Schluss. Weißt du, wie du dieses Video zehnmal stärker aufsaugen kannst, als du es jetzt schon gerade getan hast? Das ist ganz einfach. Du schaust dir das Video einfach nochmal an. Und schreibst dir die drei Dinge auf, die du dir bewusst machen solltest. Und notierst dir die drei praktischen Tipps, aber mit deinen Worten. Klar, Wiederholung verstärkt. Aber wenn wir dann ins Handeln kommen und Schreiben ist Handeln, dann verstärkt sich das Ganze um den Faktor zehn. Wenn du mitschreibst, handelst du. Mach das mit deinen Worten. Hol das Blatt hervor, sobald du merkst, Mist, da entmutigt mich gerade einer ein bisschen. Und die Ablehnung, die macht mir echt zu schaffen. Das dumme Geschwätz geht mir auf die Nerven. Ich werde ein bisschen schwach. Und noch mehr nervt es mich, dass ich gerade ein bisschen schwach werde und dass es mich trifft. Wenn du das merkst, dann holst du das Blatt raus und arbeitest damit. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Menschen kennst, die das ebenso hören sollten, weil sie auch mit Ablehnung und Kritik zu tun haben, mit der Meinung anderer, mit Ratschlägen, dann leite ihnen bitte gerne dieses Video weiter. Und wenn du sofort bei dem nächsten Video dabei sein willst, was ich mache, dann abonniere diesen Channel. Lebe deinen Traum. So, ich hoffe, das Movie hat euch gefallen und war sehr, sehr lehrreich. Nur, dass ihr ungefähr mal wisst, wie ich denke, wie ich fühle und was ich in nächster Zeit machen werde, also alles, was mir nicht gut tut, sei es gut gemeint oder nicht gut gemeint, wer das Movie hier richtig ansortiert hat, richtig verstanden hat, er kann das ja alles nachvollziehen. In dem Fall würde ich sagen, Abo da lassen, wäre nicht schlecht. Ansonsten gehen heute wunderschöne Grüße raus an Bodo Schäfer und in dem Folge würde ich sagen, bleibt mir gesund, bleibt mir treu und werdet alle glücklich. Bis dahin. Bis morgen.